Während des Online-Semesters herrscht Stille und Leere auf dem Campus und in den Hörsälen. Das unabhängige Campusradio Gehört bietet gerade jetzt eine Verbindung zwischen den Studierenden und der Universität. Das Radio ist von Studierenden für Studierende und unterhält und informiert über studentische Themen in verschiedenen Beiträgen. Gegründet wurde Gehört im Rahmen des Ideenwettbewerbs der Uni Göttingen 2008 und am 1. Juli 2009 ging sie dann zum ersten Mal auf Sendung. Die Neuigkeiten aus der Campuswelt finden so ihren Weg zu den Studierenden. Zu hören ist die Sendung immer am 1., 3. und 5. Mittwoch im Monat von 20 bis 22 Uhr auf Frequenz 107,1. Weitere Infos zum Radio gibt es auf der Webseite von Gehört.